Was geht es eigentlich um Kommunismus, Kapitalismus, beziehungsweise das Geldsystem auch und was mich halt immer wundert ist, dass gerade viele Linke, die immer davon sprechen, dass sie gegen soziale Ungerechtigkeit sind, das Geldsystem zum einen nicht mal ansprechen und zum anderen Leute sogar diffamieren, die das tun, die das Geldsystem kritisieren, wie man zum Beispiel an Luther Dittfurt sieht, die die Leute, die die FED kritisieren, dann mal kurz zu Antisemiten macht. Ja, die Frage ist halt, steckt da vielleicht irgendwie sogar System dahinter? Also meiner Meinung nach ist eben das Grundübe des Zentralbankmonopol, dass die Zentralbanken entscheiden dürfen, welches Geld benutzt wird und dass die Zentralbanken das Geld einfach so rausgeben dürfen. Und dass natürlich die Geschäftsbanken Geld auch aus dem Nichts schöpfen dürfen und durch das Teilbankensystem mit dem Mindestreservesatz sie nur einen geringen Teil von dem Geld, das sie verleihen, überhaupt bei der Zentralbank, bei der EZB zum Beispiel hinterlegen müssen. Ja, was für mich auch wichtig ist, was die meisten wahrscheinlich nicht wissen, das Zentralbankmonopol ist eine zentrale Forderung von Karl Marx gewesen in seinem kommunistischen Manifest. Ja, und was passiert jetzt durch dieses System? Die Geldmenge steigt einfach, wenn wir hier die Geldmenge rechts haben und hier die Gütermenge, die Geldmenge steigt einfach viel schneller als die Gütermenge und dadurch haben wir Inflation. Ja, also so einfach ist das Phänomen Inflation zu erklären. Die Inflation wirkt bei manchen Sachen dann nicht so stark wie zum Beispiel bei technischen Produkten. Die werden sogar billiger, was eben durch den technischen Fortschritt quasi zustande kommt. Die würden alle noch viel billiger werden, wenn wir ein anderes Geldsystem hätten. Aber trotzdem, die alltäglichen Dinge wie Mieten zum Beispiel, Energie und Lebensmittel, sind die Dinge, die eben am meisten inflationieren, das heißt, die den kleinen Mann am meisten treffen. Und dann müsste das doch eigentlich Angelegenheit der Linken sein, das anzusprechen, wenn sie sich angeblich einsetzen für den kleinen Mann. Und ein ganz gutes Beispiel, das man auch nennen kann, ist, über die Federal Reserve haben die meisten ja schon was gehört wahrscheinlich. Der Dollar zum Beispiel hat seit 1913, wo die eingeführt wurde, 98% an Kaufkraft verloren. Das heißt, der Dollar ist einfach nur noch 2% heute wert von dem, was er damals wert war, was einfach durch die Inflation zu begründen ist. Aber das scheint viele Politiker zum Beispiel gar nicht zu interessieren, die sich immer soziale Gerechtigkeit auf die Fahne schreiben. Bei der FED wird zum Beispiel auch oft kritisiert, dass sie privat ist. Das ist natürlich noch mal ein Ticken schlimmer, aber im Endeffekt ist es egal. Das Hauptübel ist das Zentralbankmonopol. Und was wäre jetzt ein Lösungsansatz? Weil da hört man ja viel von Andreas Popp und so. Also mein Lösungsansatz wäre, und ich kann dazu Oliver Jahnig zum Beispiel empfehlen, dass die Bürger einfach entscheiden, welches Geld benutzt wird. Das heißt, die Politik hält sich komplett aus diesen Angelegenheiten raus. Die Politik bestimmt nicht, welches Geld die Bürger benutzen, sondern es kristallisiert sich langsam heraus, was die Bürger an Geld benutzen. So wird es dann irgendwie verschiedene Währungen geben. Und am Ende wird sich halt das durchsetzen, was am besten ist, was höchstwahrscheinlich ein durch Gold gedecktes System wäre. Das heißt, die Bürger besitzen irgendwie zum Beispiel Gold, bringen das Gold dann zur Bank und kriegen dafür Scheine, die sie berechtigen, das Gold wiederzubekommen. Mit diesem System würde man auch keine Zinsen kriegen, sondern müsste sogar Geld bezahlen, damit man das Geld dort liegen hat. Dieses Gold könnte man dann aber weiter verleihen und dafür könnte es dann auch Zinsen und Zinseszins geben, weil die meisten Leute oft den Zinseszins kritisieren, aber der Zinseszins wird ja erst zum Problem, dadurch, dass die Banken immer aufgefangen werden. Wenn eine Bank pleite gehen könnte, dann wäre der Zinseszins überhaupt kein Problem. Aber in diesem System ist er natürlich ein Problem und wird auch noch ein Problem werden, wie wir jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre sehen werden. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit dem Geldsystem, aber es sieht nicht rosig aus, die Zukunft. Ja, doch noch was zum Plan B von Andreas Popp. Meiner Meinung nach kann das nicht funktionieren. Also es gibt für mich viele Gründe. Nummer eins wäre zum Beispiel, wer geht denn dann bitte noch Straßen fegen oder so um 6 Uhr in der Früh? Oder Klos putzen? Oder es, ja, also zum einen das und zum anderen, wie will er das bezahlen? Also wo soll dieses Geld herkommen, das er den Leuten geben will? Weil du kannst ja, entweder du machst auch ein Fiat Money System, das heißt, du druckst das Geld einfach und gibst es den Leuten. Das wird aber früher oder später auch zum Chaos führen, weil es wird wieder Inflation geben, die Leute werden wieder nicht leben können von ihrem Geld. Das wird auch, das wird zum Zusammenbruch führen müssen oder du begründest es so, du nimmst es aus dem Steuertopf, den du jetzt schon im Moment hast. Das wird aber dazu führen, dass die meisten Leute sich sagen, ey, ich bin doch nicht bescheuert, ich gehe doch nicht arbeiten und ein anderer bekommt 1.000 Euro im Monat fürs Nichtstun. Das, also, das kann nicht funktionieren, ja. Ich hoffe, dass es da mal irgendwie zur Debatte kommt zwischen zum Beispiel Oliver Janich und den Leuten, die den Plan B vertreten, also jetzt Rico Albrecht und Andreas Popp. Ich finde jetzt, diese Geldsystemthematik ist auch nicht so schwer zu verstehen. Das ist auch ein Grund, warum man die Massenmedien als Lügenpresse bezeichnen kann, weil es nie wirklich auf den Tisch kommt, dieses Thema. Es wird manchmal angeschnitten, es wird manchmal auch berichtet, aber es wird nie der Finger quasi in die Wunde gelegt. Und gesagt, an was das eigentlich alles so schuld ist, weil, wenn man sich auch Kriege zum Beispiel anschaut, früher in Systemen, die mit Gold gedeckt waren, waren die Kriege zum einen viel kürzer, weil man konnte sich das gar nicht leisten, also man musste darauf schauen, dass man da nicht so viel Geld für verschwendet. Zum anderen wurden Kriege eher präventiv schon verhindert, weil es sich einfach dann rechnen musste. Aber heutzutage schmeißt man einfach die Druckerpresse an und weiter geht's. Und die meisten Leute blicken das nicht, dass das halt absolut schädlich für sie ist. Also außer, man hat jetzt eine Bank oder ist sonst wo irgendwie in elitäreren Kreisen vertreten, aber ansonsten ist das absolut schädlich. Man kann sich das vielleicht auch erklären, dass man einfach in der Schule gezielt verdummt wird. Also dieses Thema wird ja auch nie angestellt. Also es wird ja auch, glaube ich, im VWL-Studium werden auch nicht Alternativen aufgezeigt, wie die österreichische Schule zum Beispiel, die eine Alternative zum Keynesianismus wäre, das gelehrt wird. Aber wo man jetzt auch sehen wird, die nächsten Jahre, dass das nicht funktionieren kann, auch, da werde ich dann später noch zu kommen, glaube ich, also und das wollte ich auch noch kurz loswerden, dass das Gesetz zur deutschen Schulpflicht aus dem Jahr 1938 stammt. Ja, die Leute werden ja wissen, was dort so abging. Komischerweise, also das Thema Drittes Reich ist ja immer präsent irgendwie im Geschichtsunterricht, aber bei der ganzen Entnazifizierung und so hat man darüber irgendwie nicht nachgedacht, ja, das Schulsystem eventuell zu ändern, beziehungsweise die Schulpflicht abzuschaffen. Und es ist eben nützlich für den Staat, dass er bestimmen kann, was indoktriniert wird in die Kinder, was sie wissen sollen. Es werden ja auch das Steuersystem und solche Dinge werden einfach nicht hinterfragt, ja. Das finde ich schädlich, also ich würde mir da wünschen, dass da Alternativen präsentiert werden, ja. Ja, das vergessen wird meistens auch, also dass der Nationalsozialismus eben eine Form von Sozialismus ist, wie der Name eben schon sagt, und sich eben vom roten Sozialismus eigentlich nur durch seine nationale Komponente unterscheidet. Das heißt, rechtsextrem und linksextrem sind eigentlich keine Gegenteile, sondern sind sich viel näher, als sie denken. Also Brüder im Geiste quasi, die sich eben nur durch diese kleine Komponente unterscheiden, ja, dass die einen sagen, wir sind national. Und die, also die Rechtsextremen, dass sie halt quasi offen menschenfeindlich sind. Und die Linksextremen tarnen ihre Unmenschlichkeit dann meistens unter irgendwelchen Bannern, ja, unter sozialer Gerechtigkeit oder Gleichheit. Und ja, manche von euch werden vielleicht Orwell gelesen haben, und der hat es ja auch schon genannt, dieses Neusprech- und Doppeldenk. Da muss ich mir nur zum Beispiel von diesem Gewerkschafterball da die Flyer und Sticker anschauen. Da steht dann für ein Ende der Gewalt und ist ein Bild von einer Katze drauf, also von diesen, größtenteils, glaube ich, Antifa-Leute und so. Ja, und dann wird das präsentiert unter dem Banner der Gewaltfreiheit und ist ein süßes Bild von einer Katze drauf. Und dann gehen die halt da durch die Straßen und schmeißen Steine rum und in irgendwelche Geschäfte. Also, ja, und Menschen mit anderer Meinung werden sowieso immer niedergebrüllt. Das haben wir selber gesehen bei den ganzen Mahnwaffen und mit Totschlag-Argumenten wie Antisemit versucht, mundtot zu machen, anstatt sich irgendwie konstruktiv mit den Leuten auseinanderzusetzen und mal den Dialog zu suchen. Im staatlichen Schulunterricht wird Kommunismus und Leute wie Mao und Stalin eben werden auch irgendwie tunlichst vermieden. Also, ich habe da nie erfahren, dass zum Beispiel 45 Millionen Menschen unter Mao durch Unterernährung, hungersbedingte Krankheiten, Suizide, systematische Gewalt und anderen Dingen eben ums Leben gekommen sind. Also, ein absolutes verbrecherisches Regime wird nicht erwähnt im Schulunterricht. Genauso das ist das Schreckensregime von Stalin, wo zum Beispiel wir die gewollte Hungersnot in der Ukraine hatten, den Holodmoor mit dreieinhalb Millionen Toten. und es fällt dann irgendwie schon auf, dass der Kommunismus und der Sozialismus immer irgendwie als menschlich so verkauft werden und dass die Kritik da nicht so groß ist. Aber wenn man sich das durchdenkt, die Probleme, die wir heutzutage haben, die sind ja eigentlich nur dadurch möglich, dass wir dem Staat so viel Macht geben, dass wir unsere eigene Freiheit irgendwie abgegeben haben, dass wir diesen Glauben haben, der Politiker hat nur das Beste für uns im Sinn, der wird schon richten, ich gebe meine Stimme ab. Und das ist meiner Meinung nach das falsche Denken. Das führt erst dadurch, dass sich zum Beispiel Konzerne eben anwandeln können mit Politikern, dass sich die Banken verflochten haben mit der Politik mittlerweile. weil also die Banken stehen für mich ganz klar über der Politik. Sie werde ich auch nochmal später, glaube ich, aufkommen. Ja, und dadurch haben wir eben diese Bankenrettungen, diese Inflation, Beschneidung der Freiheitsrechte der Bürger, mehr staatliche Zwangsbildung, mehr Überwachung etc. und für mich folgt daraus eben, dass, also die Regierungen, die wir da jetzt überall haben, für mich ist das kein Modell der Zukunft. Also, aber ganz klar muss man dazu auch sagen, alle Regierungen sind so, ja. Und da gehört auch die Regierung eines Herrn Putins dazu, ja. Wo oft in den Mahnwachen oder in den alternativen Medien gesagt wird, dass jetzt Putin wird für mich oft so hingestellt wie ein guter König oder so. Und das ist er natürlich nicht, weil der war Chef des russischen Geheimdienstes, das FSB, war da vorher schon beim KGB. Also der ist das ganz sicher alles nur jetzt kein Menschenfreund, der das Beste für uns im Sinn hat, weil für mich ist auch relativ offensichtlich, dass der russische Geheimdienst Akten haben müsste über 9-11, beziehungsweise der Putin spielt ja genauso dieses Fiat-Money-System mit, das Schuld ist an diesen vielen Kriegen. an der Enteignung der Bürger, die wir auch in größerem Maße wahrscheinlich leider noch sehen werden. Und der ist halt eben auch nur ein Spieler in diesem Big Game quasi. Und ich glaube, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, und Putin immer verteidigt, dann spielt man da gewissen Leuten nur in die Karten, weil für mich ist ja genauso eben Teil des größeren Systems quasi. Und ich denke, die Leute sollten darauf pochen, mehr in Richtung Freiheit zu gehen und nicht mehr in Richtung Sozialismus oder sich an irgendeinen Politiker hinzuschmeißen und in dem die Hoffnungsfigur zu sehen. Bei Putin ist es für mich relativ offensichtlich, dass er das nicht ist. Ja, dann habe ich noch was, was auch interessant ist für mich, ist, also für mich spielt zum Beispiel die US-Elite ganz klar auch mit in diesem Spiel. Also die, man kann sich da ein bisschen informieren, die haben auch die Oktoberrevolution in Russland 1970 mitfinanziert, die Wall Street, die haben den Nationalsozialismus mitfinanziert. Da gibt es eine gute Doku auch auf YouTube, Hitlers amerikanische Geschäftsfreunde. Und die US-Elite ist auch ganz klar nicht wirklich kapitalistisch. Also weil ein David Rockefeller zum Beispiel schreibt auch, wie sehr er Maos Regime bewundert. und das Ziel dieser Leute ist ja auch quasi die Kontrolle über die Menschen zu bekommen und das bekommt man am besten, indem die Leute nach mehr Staat schreien und durch mehr Zentralisierung. Also wenn man dieses Gebilde EU zum Beispiel schon mal hat, dann ist es viel einfacher, die Leute zu hinterwerfen, weil du kannst von oben einfach die Befehle runtergeben und für mich der Weg wäre Dezentralisierung. Also so viele Sezessionen zum Beispiel wie möglich. Also wenn sich viele, wir haben ja Sezessionsbewegungen in Schottland jetzt zum Beispiel, hat ja leider nicht geklappt, in die Basken zum Beispiel, die Katalanen in Belgien, die Flandern heißen sie glaube ich. Und ich hoffe, dass in die Richtung was geht oder zum Beispiel jetzt ein Austritt Österreichs aus der EU wäre sehr wichtig. Das ist glaube ich der Weg, den man gehen muss, mehr Freiheit, mehr Eigenverantwortung. und da gibt es Bücher dazu. Ich kann zum Beispiel Oliver Janich Vereinigte Staaten von Europa empfehlen. Und viel, was ich jetzt auch erzählt habe, ist quasi auch aus diesem Buch. Und so spielt man diesen Leuten eben nicht in die Karten, würde ich sagen. Ich habe da noch ein schönes Zitat, das von einem US-Abgeordneten, der war ein Libertärer, der ist durch einen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, als er nach Südkorea gereist ist. Das war glaube ich im Jahr 1984 oder so. Und von einem sowjetischen Abfänger wurde das Flugzeug eben abgeschossen. Und der hat geschrieben über die Rockefellers, der Antrieb der Rockefellers und ihrer Verbündeten liegt darin, eine Einweltregierung zu bilden, welche sowohl den Superkapitalismus als auch den Kommunismus unter demselben Dach vereint. Nämlich allesamt unter ihrer Kontrolle. Spreche ich von Verschwörung? Ja, das tue ich. Ich bin überzeugt, dass es einen solchen Plan gibt, auf internationaler Ebene, vor vielen Generationen schon geplant und unbeschreiblich böse in der Absicht. Lawrence Patton MacDonald heißt der, könnt ihr euch ja mal anschauen. Das Buch kann ich nur wärmstens empfehlen. Auch sein anderes Buch, Kapitalismus-Komplott, gibt viele Einblicke und macht vielleicht einiges ein bisschen klarer. Und ich finde es jetzt halt falsch, wenn man nur noch Russia Today schaut oder KenFM, weil das ist dann einfach irgendwie auch zu einseitig. Also man sollte schon nicht diesen Tunnelblick annehmen, weil dann macht man das Gleiche, was man an den Massenmedien kritisiert. Gut, da habe ich noch ein Zitat von Lenin, das man sich vielleicht anschauen sollte. Also der Lenin hat geschrieben, der Weg, die Bourgeoisie, also den Mittelstand zu vernichten, ist, sie zwischen den Mühlsteinen von Besteuerung und Inflation zu zermahlen. Also da sieht man ganz klar, was der kommunistische Plan ist. Und ich bin der Meinung, dass dieser kommunistische Plan aufgeht im Moment und dass die auch zusammenarbeiten mit Leuten wie den Rockefellers zum Beispiel, die auch Interesse daran haben, die Leute unter ihre Kontrolle zu bringen. Und gut, ja, das war's. Dankeschön. Ja, doch ein bisschen länger, oder? Dankeschön.